Hey, hast du schon das Neueste von Yudo in Hollow gehört? Nee, was denn? Die sind aufgestiegen. Komm, ich zeig dir ein Video. Na dann mal los. Die sind aufgestiegen. Freuen Sie sich auf nächsten Samstag. Am ersten Kampftag 2015 startet Yudo in Hollow gegen SUA Witten. Das ist ja cool. Dann komm doch am 25.04. nach Hollow in die Muldberghalle. Da haben die einen Heimkampftag. Los geht's um 15.30 Uhr.